Liebe Geschwister im Islam, wir haben uns heute hier versammelt, um über ein ganz wichtiges Thema zu reden. Und das Thema ist eigentlich das wichtigste Thema überhaupt. Das ist das Thema Tauhid, das heißt die Einzigkeit bzw. die Einzigartigkeit Gottes bzw. Allahs oder der absolute islamische Monotheismus. Und ich wollte erstmal, bevor wir mit dem Thema anfangen, jedes Thema braucht eine Einführung, damit man auch wirklich versteht, warum man das Thema lernt. Und natürlich jetzt heute waren nicht alle vorbereitet, weil ich möchte wirklich, dass wir, nachdem wir das, ich möchte am liebsten dieses Thema ein Jahr durchgehen, dass wir danach wirklich was zusammengelernt haben. Für mich ist der Unterricht, den ich gebe, immer etwas lernen. Das ist für mich die Abschlussprüfung von dem, was ich gelernt habe. Weil dadurch verinnerliche ich auch immer wieder die Dinge, die ich gelernt habe. Und ich gebe euch auch diesen Tipp, dass ihr immer versucht, das, was ihr gelernt habt, sofort weiterzugeben. Ich habe gemerkt, und das haben auch andere bestätigt, dass wenn man etwas lernt und man das einem anderen weitererzählt, dass es einfach wirklich bei einem im Herzen hängen bleibt. Und dass Allah da, inshallah, mehr Baraka gibt. Und ich glaube, dass das auch der Fehler ist von einigen Leuten, die studieren, dass sie sagen, ich studiere erstmal zehn Jahre und danach fange ich an, Dawa zu machen oder danach fange ich an, Unterrichte zu geben und so weiter und so fort. Sie haben das eventuell übernommen aus, Sie haben das eventuell, ich glaube, der Bruder ruft gerade an, hier, inshallah, ist kein Problem. Sie haben das eventuell übernommen aus arabischen Ländern. Beim arabischen Ländern, wo so viele Leute sind, die Unterrichte machen können, da bist du nicht gefragt, in den Unterricht zu geben. Aber in Deutschland, Brüder, leben wir in einer ganz anderen Situation. Da gibt es kaum einen, der etwas machen kann, in deiner Moschee, in deiner Umgebung bist du vielleicht der Einzige. Du bist vielleicht einer von ganz wenigen, die dort am Praktizieren sind. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass man das, was man hat, sofort weitergibt. Und es ist immer wichtig, dass man sich, bevor man über ein Thema redet, das wirklich auch verinnerlicht, wie wichtig das ist. Und ich sage, ich möchte halt gerne, dass ihr immer etwas mitschreibt und ich will auch immer für jede Woche eine Aufgabe geben, auch an mich, an euch, damit ihr immer etwas auswendig lernt. Das widerspricht dem Arabischstudium in keinem, weil man halt Verse auswendig lernt, man lernt Definitionen auswendig, man lernt sprachliche Sachen auswendig. Und das ist etwas, was wirklich, ihr wisst, Brüder, das Buch, was ich gewählt habe, ist das Buch Kitab Tawhid von Mohammed Abdul Wahab. Und dieses Buch hat ein ganzes Land verändert, hat eine ganze Welt verändert. Warum? Weil der Autor in diesem Buch wirklich auf Tawhid eingeht. Und deswegen müsst ihr wissen, Brüder, wenn ihr dieses Buch lernt und auch Schwestern, die eventuell diese Unterrichte mitmachen im Internet, wir wollen etwas verändern. Nachdem das Osmanische Reich gefallen ist, ist es so gekommen, dass die Muslime diese Isra in vielen Hinsichten verloren haben, dieses Gefühl, dass sie etwas verändern können, dass sie etwas verbessern wollen. Aber von Anfang der Botschaft war diese Botschaft, um etwas zu verändern, um etwas zu verbessern, um die Welt zu verbessern, um die Menschen zu Allah zu rufen. Oder so wie Rabbi Ibn Amir gesagt hat, als er nach Persen gegangen ist und mit dem Herrscher geredet hat, wir sind gekommen, um die Menschen von der Iberda, von dem Dienen der Diener zum Dienen der Gott der Diener aufzurufen. Und von der Dik und Demir, von der Engheit des Diesseits zu der Weitheit des Jenseits. Und von der Ungerechtigkeit der Religionen zu der Gerechtigkeit des Islams. Und deswegen, Brüder, nehmt euch vor, etwas zu verändern. Nehmt euch vor, dieses Wissen weiterzugehen. Ich habe schon gesagt, viele Leute machen den Fehler, sie denken, ich lerne erst mal zehn Jahre und fange dann an. Das ist ein Fehler. Brüder, die ich sehr respektiere, Brüder, die ich für Allah liebe. Aber das ist vielleicht passend für arabische Länder, weil dich braucht keiner in der Moschee, wenn man so viele Gelehrte und Schluge hat. Aber erst mal ist die Dawa nicht eingegrenzt auf Moschee oder Unterrichte, sondern Dawa gibt es überall. Die Dawa gibt es im Geschäft, die Dawa gibt es auf der Straße. Und das ist vielleicht das Wichtigste und das ist etwas, was viele Brüder und Schwestern noch nicht verstanden haben. Oder was sie vielleicht nicht richtig verinnerlicht haben. Denn was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, diese Leute, die wir auf der Straße sehen, wohin zu rufen? Wohin wollen wir die rufen? Wir wollen die in die Moschee holen. Unser Ziel ist es nicht, die Heiligen zu rufen. Unser Ziel ist es, die Sünder zurückzurufen und diejenigen, die schon besser sind, zu unterrichten, wie sie besser darin werden, die anderen Leute draußen aufzurufen und sich selber auch verschützen. Deswegen, dieses Buch, wie gesagt, Tauhid, ist das wichtigste Thema überhaupt. Das erste Thema in der Dawa auch, man ruft zum Tauhid. Ich habe eben schon gesagt, als ich mit den Brüdern gesprochen habe, es wird oft gefragt, ja, worüber soll man denn reden in der Dawa und so weiter und so fort. Und prinzipiell ist es so, wie der Prophet gesagt hat, zu Mu'ath ibn Jebel, als er ihn zum Jemen geschickt hat, Das erste, wozu sie aufrufst, soll sein, die Scheherde, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Das ist Tauhid. Aber was heißt das? Heißt das jetzt, wenn jemand in die Moschee kommt und er sagt, ja, ich wollte über das Kopf, darüber das Gebet fragen, dann gibt es ihm keine Antwort? Nein. Sondern du gibst ihm die Antwort darauf. Denn als Daya bist du auch wie ein Arzt. Das heißt, du hörst dir erstmal an, was der für Probleme hat. Aber du gehst zu einem Grundkonzept zurück und das ist das Tauhid. Das ist der Ein-Gott-Glaube. Die Einheit Allahs. Das heißt, wenn er nach dem Kopftuch fragt, du kannst Weisheit nennen. Zum Beispiel die Frau, die vielleicht nicht so schön ist, wird diskriminiert, wenn die Frauen zu sehr ihr Äußeres zeigen. Aber das Wichtigste ist, dass du ihm bewusst machst, dass wir Kopftuch tragen, Bart tragen, Beten und die ganze Palette, weil Allah dies befohlen hat. Und Allah hat das Recht, es uns zu befehlen, weil er unser Schöpfer ist. Und alles, was Allah uns befohlen hat, hat er uns aus einem Nutzen für uns befohlen. Und so weiter. Und wer ihm gehorcht geht ins Paradies und wer ihm nicht gehorcht geht, wohin? In die Hölle. So. So, dann natürlich fragt man, warum habe ich dieses Buch gewählt? Warum habe ich dieses Buch speziell gewählt? Weil ich eben schon gesagt habe, dieses Buch ist meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, sondern die Gelehrten sagen, ist ein absolutes super Buch in dieser Sache. Man muss sich vorstellen, es gibt in diesem Buch 67 Kapitel. Und diese 67 Kapitel, es fängt erstmal mit 5 allgemeinen Kapitel. Und diese 5 Kapitel, da geht es hauptsächlich über die Wichtigkeit des Tauhids etc. Und die Angst davor, in Tauhid reinzufallen, das Gegenteil von Tauhid. Und dann werden die ganzen einzelnen Sachen durchgesprochen. Wie zum Beispiel, Polytheismus durch das Tragen von Ringen oder Bändern. Kapitel 8, Zauberei, Talismane, Amulette. Jene, die Jägen durch einen Baum oder Stein suchen. Dann Kapitel Nummer 12, Schirk des Gelöbnisses. Kapitel Nummer 13, der Schirk des Ersuchens von Zufuhr bei anderen als Allah. Und so werden die ganzen Themen einzeln durchgegangen. Und man kommt natürlich bei jedem einzelnen Thema, geht man wieder zurück zu dem Grundkonzept vom Tauhid. Das heißt, die drei Kategorien, Rububia, Uruhia, Esmau, Asifat. Und deswegen ist dieses Thema zu wichtig. Und es ist brauchbar, nützlich für denjenigen, der viel Wissen hat vom Islam. Und auch derjenige, der weniger Wissen hat. Ich habe vor, die Unterrichter so zu machen, dass die für diejenigen, die auch, sagen wir mal so, studieren, auch etwas bringt. Das heißt, dass man viele Definitionen auswendig lernen muss und so weiter. Dass es aber auch gleichzeitig verständlich ist für denjenigen, der vielleicht nicht so viel Wissen hat. Das ist für mich ganz wichtig. Dann natürlich, was noch wichtig ist für mich bei diesem Buch, ist halt der Autor. Mohammed im Abdel-Uhab, weil es wird so viel über ihn erzählt. Und hier haben diejenigen, die schlecht über ihn reden, die Möglichkeit, sich selber zu überzeugen, ob das, was er erzählt, richtig oder falsch ist. Und man wird sehen, wenn wir das Buch gemeinsam durchgehen, dass das, was er schreibt, nur aus Koran und Sunna besteht. Nicht wie einige seltsame Gruppen von irgendwelchen Tänzern, bei denen die Bücher schreiben, wo nur eigene Meinungen aufgeschrieben werden. Denn dieses Buch, man wird es nachher sehen, besteht nur, so gut wie nur, aus Koran und Sunna. Und deswegen haben wir dieses Buch gewählt. Deswegen haben wir dieses Thema gewählt, weil es so wichtig ist. Und deswegen haben wir dieses Buch gewählt, weil es erstens auf Koran und Sunna basiert. Und weil es auch von diesem Autor ist, um Leute, denen irgendein Blödsinn erzählt wird, von Wahhabiten und so weiter, dass sie sich selber ein Bild machen können. Und ich schlage jedem vor, dass er an diesem Unterricht teilnimmt und sich selber ein Bild macht und andere dazu einlädt. Und deswegen, wie gesagt, das sollte heute nur eine ganz kurze Einleitung sein, warum wir dieses Buch lernen. Und beim nächsten Mal fangen wir an, das richtig zu lernen. Ich wollte noch eine kleine Kurzbiografie zu dem Autor Muhammed Ablo Wahhab geben, damit man ein kleines Bild hat. Muhammed Ablo Wahhab, der wurde im Jahre 1115, wurde er in Uyena, das ist also in Nesh, das ist im heutigen Saudi-Arabien geboren. Das ist umgerechnet das Jahr 1703. Und er wurde in einer Familie geboren. Sein Vater, Ablo Wahhab, war ein Gelehrter zur damaligen Zeit. Oder er war vielleicht, oder war ein Scheech in seiner Umgebung. Und er ist in einer Familie aufgewachsen, wo er von vornherein mit Wissen konfrontiert war. Das heißt, er konnte schon vor dem zehnten Lebensjahr den Koran auswendig. Es wird gesagt, mit sieben konnte er schon den Koran auswendig. Er hat in seiner Kindheit schon Hanbali komplett gelernt mit seinem Vater und hat die Bücher von Ibn al-Qayyim und Ibn al-Taymir mit seinem Vater durchgegangen. Das heißt, von großen Gelehrten. Dann, als er noch ein Jugendlicher, ein Teenager war, hat er Hatsch gemacht nach Mekka und ist dann zurückgekommen nach Medina. Und in Medina hat er einige Gelehrte getroffen, wie zum Beispiel ein Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif, alle Saif und Mohammed Hayat Sindhi und einige andere in Medina. Er blieb eine längere Zeit in Medina. Was hat er in Medina gelernt? Er hat in Medina die Kutub-Sittah gelernt und hat dafür Ijazah bekommen. Das heißt, dass er eine Erlaubnis bekommen hat, die auch zu unterrichten von den Schiuch in Medina. Und er hat Musnad Imam Shafi dort gelernt. Danach ist er zurück in seine Heimatstadt gegangen und durch seine Reisen hat er gesehen, er hat praktisch bei Null angefangen, wie tief die Oma in Jahiliya versunken ist. Gräber werden angebetet, Bäume, es wird Segen bei Bäumen und allem möglichen Quatsch gesucht. Und er hatte diese Liebe für die Religion, diese Eifersucht. Er wollte was verändern. Er wollte zurückgehen zu den Religionen. Deswegen zu der Religion, mit der der Prophet gekommen ist. Und deswegen sagen auch viele, dass er der Mujadid dieses Jahrhunderts damals gewesen ist. Was ist ein Mujadid? Es gibt einen Hadith, der überliefert wird, der authentisch ist, wo der Prophet sagt, Inna Allah yab'athu lihavi al-umma ala ra'asi kull miyatin senna men yujadid la amra diniha. Alle hundert Jahre, am Kopf von allen hundert Jahren, erweckt Allah für diese Ummah jemand, der die Religion erneuert. Was heißt der, der erneuert? Heißt das, der kommt mit einer neuen Religion? Was heißt das? Weil das ist das, was viele falsch verstanden haben. Sie kommen dann mit irgendwelchen Leuten, die sie Mujadid nennen, die was machen? Die Mubtadea sind, die mit Erneuerung kommen. In ihren Büchern liest du durch, da siehst du alle fünf Seiten einen Hadith oder einen Ayat. Und die kommen dann mit Blitzen und Flammen und dieses und jenes. Da fehlt nur noch der Feuerlöscher, sozusagen. Verstehst du? Und da ist gar nichts von Mujadid. Ein Mujadid ist nicht jemand, der die Religion erneuert, weil diese Religion perfekt ist. Sondern, wenn die Menschen von dem wahren Weg der Religion abgekommen sind, bringt er sie zurück zu dem richtigen Verständnis von Koran und Sunnah. Das ist ein Mujadid. Und nicht ein Mujadid, der mit einer neuen Religion kommt. Und wer wurde beispielsweise von Ahmed ibn Hanba als der erste Mujadid identifiziert? Was war die Meinung von Ahmed ibn Hanba, wer der erste Mujadid war? Hat das einer gehört? Ahmed ibn Hanba hat gesagt, der erste Mujadid war Omar ibn Abdulaziz. Und wer war nach der Meinung von Ahmed ibn Hanba der zweite Mujadid? Imam Shafai. Weil Imam Shafai auch Nasir-i-Sunnah genannt wird. Das war für ihn der zweite Mujadid. Aber auf jeden Fall, es können noch mehrere Mujadids in einer Zeit kommen. Das nur nebenbei. Er war jemand, der bei null angefangen hat und er wollte die Menschen, er hatte dieses Ziel. Und das haben wir eben gesagt, wir müssen ein Ziel haben. Wir müssen die Religion lernen, nicht nur einfach nur Unterrichte zu machen, sondern Unterrichte zu machen, die etwas verändern. Die etwas verändern. Wir müssen die Menschen verändern, die Welt verändern. Das muss unser Ziel sein, die Herzen erreichen. Es gibt viele Brüder und Schwestern, die haben dieses Ziel nicht. Möge Allah uns dieses Ziel geben. Und dafür auch dieses Buch lernen. Jedenfalls er kam dann wieder zurück, als er in Medina jahrelang gelernt hat. Und er hat dort in Medina auch gesehen, dass Leute zum Grab von Propheten gehen. Und dass die Ulamar, die um ihn herum waren, auch wenn sie so Gelehrte waren, nicht die Kraft hatten, das zu verändern. Aber er war ein Alim, der etwas verändern will, der nicht nur seine Unterrichte macht. Und das hat ihn ausgezeichnet. Es gibt Leute, die mehr Wissen haben. Aber wer hat etwas verändert wie er? Versteht ihr? Und dann ist er nach Basra gegangen. Er war noch jung. Und in Basra hatte er einen Scheich gehabt, der hieß Mohammed al-Majmui. Und dieser Al-Majmui war ein Gelehrter, auch in Hadith und Nahu. Bei ihm hat er gelernt und dann hat er in Basra angefangen, Dawa zu machen gegen diese Leute, die Gräber anbeten und so weiter. Was ist ihm dort passiert? Sie haben ihn aus Basra rausgeschmissen. Und er ist bald unterwegs umgekommen. Aber Allah hat jemanden geschickt mit einem Reiter, der ihn gerettet hat. Ja, weil er wäre beinahe verdurstet in der Wüste oder was auch immer oder umgekommen. Und so hat seine Dauer angefangen. Aber, was hat er danach gesagt? Hat er gesagt, oh, hätte ich besser doch nichts gegen das Falsche gesagt. Dann hätte ich keine Probleme bekommen. Das ist das Problem, was heute viele haben. Da kommt der erste Windzug. Dann fallen sie alle um. Und keiner bewegt sich mehr. Das ist die Botschaft. Oder diese Botschaft ist eine Botschaft, die mit Widerständen verbunden ist. Waraike Ben-Naufel, als der Prophet Al-Israel das erste Mal zu ihm gekommen ist. Er hat sofort zu ihm gesagt, was hat er zu ihm gesagt? Er hat zu ihm gesagt, wer ist denn jung? Wer würde ich doch nur leben, wenn dein Volk dich rausschmeißt? Und der Prophet sagt, amokrigir, 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 und werden sie mich rauswerfen? Er sagt, es ist noch nie ein Mann mit dieser Botschaft gekommen, außer dass er befeindet wurde. Das sind Brüder und Schwestern. Wenn ihr lernen wollt, wenn ihr diese Botschaft vertreten wollt, wenn ihr die Welt verändern wollt, dann müsst ihr wissen, ihr werdet Feinde bekommen. Und dann müsst ihr standhaft bleiben. Man kann eine Million Beispiele davon bringen. Der ganze Koran ist voll. Deswegen sagen wir zu Brüdern, die denken, wenn es Probleme gegeben hat, gegen die Dauer und so weiter, die dann einbrechen. Oder die dann sagen, oh ja, nein, wir hätten das besser nicht so und so gemacht. Brüder, lest noch mal den Koran durch. Lest mal die Geschichte von Musa durch. Lest die Geschichte von Isa. Lest die Sira des Propheten, a.s.w. Das ist eine Botschaft mit Hindernissen. Brüder, Leute sind in der Mitte, sie sind in den Boden eingegraben worden, in der Mitte mit der Säge auf dem Kopf in zwei Teile zersägt worden. Das muss man einfach wissen. Und dann hat er weitergemacht. Dann ist er zurück nach Mecht. Dann ist er noch nach Sherm, hat dort gelehrt, hat also überall das Wissen gesammelt. Und dann am Ende hat er den Aufruf gefangen, hat Briefe geschrieben, ist überall hingegangen und konnte einen Führer zur damaligen Zeit überzeugen, ihm zu helfen, der da war. Was ist dann passiert? Dann kam ein anderer, dieser Führer, der wurde dann, dann hat er die Steinigung durchgeführt bei einer Frau. Da kamen die ganzen Führer aus den anderen Gebieten und haben gesagt, hey, du Führer, helfe dieser Person nicht, du darfst ihm nicht helfen und so weiter. Und dann hat der Führer es eingebrochen. Deswegen, Brüder, seid ihr, das ist die Sunna d'Allah, seid ihr immer darauf vorbereitet, dass Leute, die an eurer Seite stehen, einbrechen werden. Es wird Leute geben, die einbrechen. Wir haben das auch in den meisten Geschichten der Propheten so, dass Leute gibt, die einbrechen. Aber ihr müsst standhaft bleiben. Dann kommen eventuell Leute wieder zurück. Und am Ende hat er jemanden gefunden, der hieß Mohamed ibn Saud. Und er hat ihm geholfen. Und am Ende haben sie die ganze Dauer durchgeführt, durchgebracht. Und Alhamdulillah, sie haben es dann geschafft, wirklich diese Arbeit durchzubringen. Diese Dauer durchzubringen. Und deswegen siehst du heute zum Beispiel in den arabischen Halbwinsen Khalish, dass so gut wie an keiner Stelle Gräber angebetet werden. Zumindest nicht von den Leuten, die dort wohnen, höchstens welche, die von draußen als Reisende dorthin kommen. Das ist zum Beispiel viel, viel besser als zum Beispiel in Ägypten oder Marokko oder anderen Ländern oder Syrien, Schem, wo das weit verbreitet ist. Und deswegen, Brüder, lasst uns gemeinsam dieses Buch lernen. Und inshallah, möge Allah uns dabei Erfolg geben und dabei Ikhlas geben. Und wie gesagt, das war heute nur die kurze Einführung, etwas über den Autor. Ja, der Autor, der wurde übrigens 91 Jahre alt. Der hat also ein langes Leben gehabt. Möge Allah uns auch lange Leben mit vielen guten Taten geben. Und möge er unsere letzten Taten zu unseren Besten machen. Und unsere letzte Aussage sein lassen. Ich sage diese Worte, alles was richtig war, war von Allah und alles was falsch war, war von meiner eigenen Seele und vom Schatan. Subhanakolamu wa bihamdik. Ich sage diese Worte, alles was richtig war, war von Allah und alles was falsch war, war von meiner eigenen Seele und vom Schatan. Subhanakolamu wa bihamdik.